Ja, für die Kettenangriffe ist man höchstpersönlich verantwortlich. Da kann man dann auf Viereck-Kreis- und Dreieck-Fähigkeiten legen und die muss man dann im richtigen Moment ausführen. Und je nachdem was man gewählt hat, macht man auch viele Fähigkeiten, entweder noch mehr Schaden, Vergiften, was auch immer. Muss dafür halt in Kauf nehmen, dass der Ristmeter ordentlich ansteigt. Früher war das irgendwie viel schwerer. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich weil ich absolut keine Erfahrung zwischen Spielen hatte. So, eine Million Punkte haben wir schon. 27% der Karte und sind jetzt ein Draufgänger. Yeah. Voll cool. Agilität plus eins. Ein Kupferschlüssel, sehr gut. Luftschutz und Ristmeter voll runter. Was für Statuswert wären wir natürlich lieber gewesen. Ah, dafür ist ja noch Zeit. Die Windrichtung hat sich geändert. Was war das für ein Geben? Fendos? Ramkin? Wo seid ihr? Antwortet, wenn ihr mich hört. Immer den Schnee-Insekt nach. So, jetzt muss ich mal gucken wie die Karte eingestellt ist. So, wir gucken jetzt dann nach Süden. Dann drehe ich mal. So, jetzt gucken wir mal nach Norden. Und weiter futtern. Nam 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 nam. Sag mal. Komm sie tief. Und dann geht's. Das ist ja noch nach. Dann geht's mir kurz. Okay, ich kann das nicht richtigiring. Ich bin fertig. Das ist ja noch ein Hinweis. Ich bin fertig. Ich bin fertig. So, jetzt geht's hier eigentlich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Entschuldigung! Oh, 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 oh! Das war's für heute. Das war's für heute. So, Käsebrot ist weg. Ich speichere das auch. Wo kommen die eigentlich hier rüber? Hallo! Nee, hab keine Lust. Ich hab zu wenig Reichweite. Das ist blöd. Na gut. Versuchen wir es mal so. Und der eine ist schon weg. Ach, das nehmen wir mal mit. Oh, das ist gut. Oh, das reicht sogar. Wohl. So, wenn wir mal nicht ins Wasser fallen. Und die Kiste aufmachen. Was finde ich denn schön aus. Ein Griff. Ein Schild. Noch ein Kettenpanzer. Ein Draen. Ein Stein des Apollon. Kramade. Ich will dich mitnehmen. Das ist echt blöd. Sooo... Equipieren! Ich will kurz das Schwert angucken. Ui! 22 Angriffskraft. Oh ja. Muss ja mal ein bisschen vorankommen. 13, 13. Sehr schön. Sooo... Und dann gönne ich mir mal Wind anstatt Feuer. Wahrscheinlich warb ich deswegen gegen das Feuer. Damit so wenig Schaden gemacht. Sooo... Mal gucken, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Nach Norden. Oh... Schon wieder so ein Feuer im Teil. Ich mach aber immer noch keinen Schaden, wenn ich meinen Zauber benutze. Ich kann nicht verteidigen, voll blöd. Dann brauchen wir wieder High E-Turns. Oh, mir schenkt die niemand. Ja.